Da haben Sie dabei auch den Wasserweg gespürt. Das heißt, von der Minute, wo die Rampe anfing, kam kein Wasser mehr rauf. Aber es war wahrscheinlich genug Wasser. Das wissen wir von der Überlieferung von Flavius, der nachher erzählt, wenn die Römer raufkamen, was sie hier alles gefunden haben. Machen wir weiter.